hallo da bin ich wieder zurück mit einem neuen video heute ist wieder ben masterful zu besuch richtig challenge mit königin das sind die letzten eier quasi noch vom letzten winter die noch über sind vom letzten winter das besondere ist die gleich durch das heißt wir haben hier vier figuren genau hier vier figuren insgesamt mischen das gleich durch und der der keine figur hat muss ein center shock reinziehen mir zum beispiel was haben wir hier mal dann gibt es so ein blauer das ist hier und das schon groß was haben wir noch hier das ist rolling sherry ist natürlich nicht dann hier das blaschen cola das blaschen cola ich habe keine ahnung ob die scharf sind oder so schafft nicht auch mit der slimer jumping strawberry so hoffentlich reichen die ja wir haben ja nur vier also insofern naja hier stimmt sind ja wollen wir auspacken ja wie mal zur seite hier ja oder hier oben suchen wir müssen jetzt hier erstmal mischen 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 im total bereich das ganze auf wäre schön wenn du das vor der kamera machen wird aber du darfst nicht gucken was hier ist weiß ich doch nicht doch du weißt immer so was jetzt muss ich mischen ja ich finde das reicht okay so wir fängt an ladies first dass sie das immer macht das ist so wie du mich immer synchronisiert ja erkennt ihr ja ich kann übrigens ganz schlecht sauer ab finde ich gut dass mir das sagst wenn ich jetzt eine figur musst du ja was doch doch nein natürlich nein doch nein geht ja gar nicht ich habe eine figur deswegen musst du nicht essen das ist aber eigentlich das ist scheiße findest du ja ja dann muss was essen ja muss ja doch ach ja das meinte ich ja gerade welche habe ich denn hier kleine die kleine die hast du schon ja die habe ich leider schon an da und ihre drei jahre ältere schwester älter sind wir sind seit ihrer kindheit und zertrennlich ausgelassen tollen sie im schnee herum und bauen schneemänner anna liebt ist wenn elsa mit ihren magischen kräften lustige schneemänner entstehen lässt ja mit ihrem schneeball so ich möchte dir auch eine aussuchen du kriegst hier gleich mal diese okay kirche finde ich gut nein warum mache ich denn das ja gesagt ich muss noch ja nein sagen sollen ich habe nie center shop gegessen muss ich dazu sagen egal ich weiß ich kann einfach keinen sauer ab und ich habe schon viel wasser im mund nicht gut also spucke ich habe den tisch ausgespüßt das wackelt ja da ist die kamera da ich weiß doch doch man warum drehen wir das für mein kanal ja wenn du jetzt keine figur hat kommt gleich der nächste nicht drin lassen ja das ist dann bei ja okay du darfst du gerne hier entledigen dann jetzt wieso hat man wohl so witzig ich nehme das ja und sogar an deinem links schütteln ja mit oder weiter bitte seine figur bitte nein das heißt zwei figuren schon weg das sind ja gleich witzig das ist auf jeden fall kann ich mal kurz vorlesen wieso das treue rentier das rennt jetzt wenn hat ein freundliches und offenes wesen ist christophs gutes gewissen und steht ihm bei jeder situation bei stärke und ausdauer machen ihn zu einen unermüdlichen schlitz schlittenzieher ich wollte schon schlitz oder sagen wenn er neugierig die umgebung erkundet entsteht nicht geht nicht seinen instinkt ich wollte dahinter vorgucken nicht gesehen schon zu hindern ja das ist ja okay ich habe einfach dich ja nee ich mache gleich weiter im nächsten ein du kriegst green apple ja nee was heißt das das ist nicht schlimm eigentlich nicht hast du gelutscht okay noch schlimm ist sauer ist sauer aber aushaltbar und nein weißt du es mir gerade auffällt was wir hätten machen können erstmal alle auspacken und da muss man so viele nehmen wie man nicht gekriegt hat am ende alle auf einmal machen wir das mal wenn ihr das sehen wollt schreibt es in die kommentare ich schreibe das nicht mehr so viel center schocks ist okay also jetzt kommen wir die ganze zeit auch so nicht mit einer figur das kann ich ja mal nicht so aufgeregt ja ich habe auch keine lust die zusammenzubauen dass du hier machen ich werde mir schon mal ein center schock ich mache das nein ich mache das nein ich mache ich möchte unbedingt den hier kohle ja okay warum bitte den schmeckt so ach so das ist der geht abbestimmt der geht gut ab was hab ich gedacht ja ich habe mir auch hat mich gefragt warum die cola nimmst da hatte ich dir erstmal was anderes gegeben ja jetzt kommt sie mir alles wusste dass das abgeht nein 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 zerstört wieder das musste weg ich habe jetzt eine figur ja nein doch langweilig doch die muss weg das ist besser ich suche dir was schönes aus ich mach das eben ging es auch in die hose mit dem aussuchen ja ich weiß ja den jetzt gegeben der lacht mich an ich hätte dir eh cola schockgost ja diesmal vor der fehlt mir anna die furchtlose optimistin wenn sich königstochter anna etwas in den kopf gesetzt hat gibt sie nicht auf bevor sie ihr ziel erreicht hat liebevoll kümmert sie sich um die menschen die ihre nähe dass die ihr nahe stehen und steckt alle mit ihrem optimismus optimismus schwer das auf dem fernseher zu lesen hinten ja das stimmt so was leichter ich war gerade fertig wieder ist das anna groß ja dann hast du vollständig jetzt ja ich bin mir gerade nicht sicher ob ich war dann immer noch so ich bin so empfindlich du bist so finde ich ich krieg das nicht drauf ich bin zu blöd ist doch nicht zu blöd nein zu trottelig ja okay das stimmt kann ich kurz ohne hallo so das ist ja viel fall mit kleid und hier haben wir dann noch ein cape hinten das man jetzt nicht drauf oder das ist so viel arbeit wird es auch machen natürlich nicht okay ich muss ja jetzt was ich hätte schon längst aber du ja genau ich muss jetzt erstmal ach ja mann ich bastel echt ein schild für dich so was haben wir denn hier noch mystery ja klingt auch gut möchtest du ich ja aber der ghost lacht mich auch seine glitzer zu schüben oder brennt immer noch vorne an der zungspitze ist so mysteriös mystery ich möchte dass mir das schmeckt schmeckt mir weiß ich nicht vielleicht ist ja voll heftig oder aber auch echt meine zunge schon kaputt vorne ja ich weine doch nicht doch die sind nicht schlimm ja sicher dass du da wirklich das mal so machen wir es jetzt nacheinander ja nein das ist voll übel ja 1000 grad messer ist es hinter schock das auch das ist elsa denn dann ist keine figur du kriegst jetzt auch den ghost ja ja das ist überhaupt nicht doch welchen du wolltest gerne den hier den kriegst du ja das kriegt den ghost ja der tut also meine zunge ist schon völlig im arsch vor so der ghost keine ahnung ich habe nicht gedacht dass die so schlimm sind da darf ich nicht mehr davon machen sicher dass wir das noch schaffen ja ich werde hier noch eine figur kriegen wir haben noch eine das heißt du musst sicher auch noch ein essen du bist dran scheiße ja nein ich krieg jetzt die figur das ist ja immer noch zwei ich nehme den oh gott bitte wenn du die figur was muss ich noch ein ja dann musst du noch zwei endlich muss auf jeden fall ein ich dachte du bist nur so empfindlich bei dem ersten stellst du dich hier wieder an was alter ja oh gott ist die figur doch doch das kann doch nicht angehen du hast gestummelt nein nein guck mal das ist er das ist grandpammy der geheimnisvolle trolle ist ein sanftmütiger weiser der meister der magischen kräfte kann heilen und erinnerung beeinflussen außerdem die regiert er die nord lichter um damit zu malen was freust du dich eigentlich so ich krieg dir die kacke nicht zu machen zur waltbewegung holtet sich das und kugelt was und kugelt als steingetan ich krieg dir hier nicht zusammen bist du aus dem gefekt gesetzt so was muss ich essen das stimmt das ist schwierig was ist da los mit dem ich geh da erstmal einen okay ich geb dir einen ähm ähm möchtest du irgendwas besonderes? ein kohler ist für dich boah du bist voll fies warum krieg ich denn den komm ich bin ich muss ja danach schon wieder einen ich bin nett ich geb dir den hier wir haben keine oh man der ist nicht so schlimm bestimmt der ist bestimmt nicht so schlimm jumping strawberry strawberry ist schlimm der wird wieder brennen auf der zunge weil der cola hat alles kaputt gemacht ja ich glaube auch der cola hat es gekillt komm schon sei sei oh ist der auch so schlimm der ist doch nicht so schlimm oder oh 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 ich fühl dich halten und trösten oh jee ne der war jetzt nicht ganz so schlimm ne der war nicht so schlimm ne das hat mir gedacht der ist ich habe das außerdem jetzt zusammen gemacht der muss noch gar nicht zusammen ich kriege es nicht mehr auseinander ich muss gleich noch einen ja ich gehe hier unter ich kriege es wieder auseinander ich habe den auch der muss nicht zusammen der muss erst das dann dazwischen das ging irgendwie nicht du kannst du das nächste einnehmen wenn du willst du kannst du das nächste einnehmen und werdet ihr sehen dass keine figur drin ist ja und werdet ihr noch einen dieser leckeren shendershocks den letzten ist du ja oh überraschung roter stift roter stift versus blauer stift warte haupt rein aber hier das ist hier grand zusammengebaut jetzt auf seiner kleinen wiese guck mal diese schöne klebrige massen wenn man habe ich ein bisschen freude naja kommt noch was dazu ne ja toll du musst auch ein du kriegst cola ha ha ok welchen soll ich das ist das denn ja crazy 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 king ja ich bin doch voll crazy du bist auch voll crazy ja deswegen die sind glaube ich jetzt eh alle schlimm oder ja 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 beim nächsten mal machen wir es noch mal beim nächsten mal machen wir es noch mal das ist sehr logisch aber ich glaube zwei challenges hintereinander schafft man nicht kohle war echt heftig ich tröne für dich immer noch das ist eine gute idee gleich direkt schokolade ja noch ist es ja nicht verboten aber jetzt wenn man erstmal den ersten durch hat ist das stelle vor ich habe es noch eine figur aus was meinst du ich soll die auch mal wieder es die man noch mal mit guck mal doch ist ein kätzchen ja die gehört nicht zu frozen ist ein kätzchen ist eine figur ich finde es so gemein warum muss jetzt auf jeden fall kohle haben weil du keine figur hat ja wochen cola weil wir haben aber wenn es das leime so ein bisschen die länge tun ja ich wollte muss schon 20 minuten was ist da los ist auch nicht im fokus ja ich bin ich konnte ja du wirst nicht kürzen nein ich werde nicht kürzen aber jetzt habe ich vergessen den pulli anzuziehen mann hat man zieht aus die haare die perre macht du mal in dem du das ding schon mal im mund was denn das war ganz normal gesagt das ist das ein pulli ich auch nicht die trägt ein pulli ich muss drunter ziehen vorher den pulli den anderen dann die kleinen zu kriegen ich auch muss andere nehmen ich nehme den anderen hier ach du kacke so tada und hauen sie rein lutschen alles gut ne gar nicht so schlimm wenn man selbst nicht lutschen muss ist das geil jetzt bin ich wieder im spiel wollen wir noch eine runde spielen wieso hörst du dir die ohren zu ich sag doch cola ist gut ja die sind glaube ich nicht so schlimm aber ich hätte jetzt den anderen hier hat es ja schon ja aber ich will wissen wie das schmeckt hier muss ich mal auf dich ich hab noch einmal soll ich machen raus damit eine brichtsteige also ich glaube deiner der war nicht so schlimm hatte ich ja die zunge gewesen warum machst du das mal freiwillig ja damit du noch ein Das ist der einzige Grund. Au. Au. Ist ganz rot. Ne, 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 nicht verstecken. Au. Oh Gott, da kam ja was aus der Nase. Wo ist denn das gelandet? Die rüchen den Eiern. Ich kann doch so still sitzen. Ja, ich drück das anders aus. Ah, okay, das Schlimmes weg. Wollen wir uns den letzten Teilen? Ne. Doch? Ne. Okay, du fängst an. Ich nehme dann am Ende. Ja. Mein Gaumen ist schon so ganz glatt. Na ja. Deiner auch? Ja. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Ja. Und du isst jetzt den ganzen Haufen. Mach mal. Den Haufen esse ich ja nicht mehr. Mach mal. Sieht das nicht geil aus? Ne. Ne. Ja. Ja, das war's. Schön, dass du da warst. Ja, das ist mein Video. Ja. Schön, dass ich da war. Ja, schön, dass du da warst. Nein, 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 nein. Bei mir. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Schreibt es in die Kommentare. Sollen wir sowas auch mal machen? Ja. Am nächsten Mal wirst du verlieren. Ne. Ach. Oder bei mir nicht mal. Ich weiß nicht, ob das wirklich, ob wir das wirklich machen. Was? Am Ende und dann alle hintereinander weg. Uuuh. What? What? Und dann müssen wir auf jeden Fall erstmal neue Center Shocks kaufen. Huh. Ja. Also. Uuh. Das machst du doch nicht hier auf meinem Kanal machen. Ey, das sind die Center Shocks, die reagieren jetzt. Ja. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Nach dem Video und bis dann. Ciao. Tschüss. Moment, ich habe was vergessen. Wieso? Ich habe da ein bisschen schief gegangen. Das ist schief gegangen. Immer hinten rein, ein bisschen Burgerreiz. Wo? Ja, genau. Ne. Nochmal so. Ne, ich mache das nicht. Nein. Ne. Geht nicht gut. Ne. Ja, genau. Da. Ja. Bis zum nächsten Mal.